So, da wären wir wieder bei JesterGrabbit. Oh, oh, wartet mal, ich habe wieder einige Tage Pause gemacht und jetzt bin ich total wieder aus dem Häuschen. Ich habe keine Ahnung, wie man wieder steuert. Ah, unsere Larven. Oder Pizza oder was auch immer, whatever. Okay, diese Munition ist hier mal voll. Oh, oh, nicht so schnell, bitte nicht so schnell, ich will wissen. Ein Leben ab oder Level ab, Helikopterchen, Helikopterchen, ganz langsam. Vielleicht sind hier irgendwelche Secrets versteckt. Ah, sind das überhaupt Larven oder Pizza oder sind... Ich habe euch nicht gesehen. Ah, was ist das, was ist das? Ah, warte. Hab dich. Was ist das Schwarze hier? Nix. Weg. Weg. Äh. Äh. Kann man hier... Warte, kann ich hier irgendwie rein? Nein, 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 nix. Dann denke ich mir, da gibt es keinen anderen Ausweg als hier. Na, das müssten wir mal auch schaffen. Runter zu fallen. Oh mein Gott, oh mein Gott, Bombenwerfer, oh mein Gott. Äh, ich glaube, mein Leben ist gleich wieder weg, oder? Ich kann es nämlich auch nicht sehen. Warte, hier ist eine Karotte, Karotte. Ah. Na, warte. Ah. Was ist hier unten? Ah, nix gut. Ja, wie soll ich das machen? Äh. Wie hätte ich das machen sollen? Schäbencluster. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was? Ich. Erst mal schnell umstellen. Diese Kacke möchte ich hier nicht mehr sehen. Also diese eine Munition, ich weiß nicht, was das ist. Irgendwelche, ähm, Zahnstocher, die die Gegner kaum treffen, beziehungsweise verletzen. Äh, warte. Erst mal, okay. Außerdem habe ich jetzt wieder vergessen, abzuspeichern. Ich glaube, das muss ich mir irgendwie angewöhnen, dass ich irgendwann einmal immer abspeichern tue. Nee. So, aber wie soll das bitte schon hier unten? Oh, 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 oh. Oh, ein Secret. Ja, trotzdem hat uns die Bombe erwischt. Das ist auch wirklich sehr, sehr unglücklich, denn ich sehe wirklich meine Herzen nicht. Also ich sehe nicht, wie viel Leben ich gerade habe. Da ich jetzt aber sozusagen die Karotte aufsammeln durfte, kann ich davon ausgehen, dass ich da Auffüllbedarf hatte. So, und wie soll das jetzt hier unten funktionieren? Kann ich mich auf dieses schwarze Ding eigentlich stellen oder werde ich da sofort irgendwie auch angebrutzelt? Ja, wie soll das funktionieren? Wie soll das funktionieren? So nach oben, schnell. Wartet, nein. Jetzt. Äh, Häschen, du gehst mir am Keks, weißt du das? Wartet. Ich mache das jetzt ganz, ganz taktisch, ganz, ganz nice. Oh. Nö, ihr kriegt mich nicht. Nö, nö, nö. Wartet. Okay. Oh, da warten sie schon auf uns. Da oben ist ein Coin. Oh, ne, komme ich nicht. Wieso nicht? Wie komme ich denn da ran? Ich meine, oder geht das nur mit Spaß? Ja, okay, anders geht's nicht. Tschüss. Tschüss. Wartet. Nee. Okay. Tschüss. Ich bin hier ein bisschen überfragt. Gibt's hier eine Möglichkeit reinzukommen? Hallo? Ist da jemand? Oder hier lang? Gibt's hier irgendwo... Ja! So. Sehr schön. Okay. Ist hier was? Nein. Ich dachte schon. Dachte ich. Mann. Okay, das geht nur mit Waffen. Punkte können wir gebrauchen. Okay. Ah, Rabe! Vogel vom verkorksten Felsen. Dieses Mal. Rabe! Wartet. Wartet. Ich mach das gleich. Ich mach euch gleich. Apropos. Einu. Einu Momentus. Speichern. Und wir machen hier, ähm, ähm, verkoakste Felsenfels. Okay, Fels passt auch. Mehr konnte ich nicht hinschreiben. Leider. Was? Wieso verstellt sich das wieder hier? Wo ist meine Waffe? Ich seh... Was? Blau. Das da, oder? Ja. So. Nimm so. Und das gefällt mir. Wartet. Das krieg ich auch noch hin. Ha! Oh, na, na, na. Geh mir weg. Aha, wichtig. Äh. Hallo? Rabe! Kommst du, kannst du hier wie, wie die... Ja, er kann wie die Lesben-Wespen. Das kann er... Oh! Hallo? Äh, was? Was ist jetzt kaputt? Mein Gott! Wie fail ist das denn? Oh mein Gott! Okay, was ist hier? Oh, oh. Oh, oh. Oh! Nee, wartet. Wartet! Wartet doch! Wartet. Genau das. Ha! Ich hab euch ausgetrickst. Wartet. Ich mach das gleich mal. Na, 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 na. Äh! Äh! Nein! Das ist mich in Ruhe! Mann! So! Ey, come on! Watch out! Äh! So! Ah! Wartet! Fuckel! Nö, nee, nee, nee! Das war doch... Pfff, pfff, pfff! Das... Ich... Ich wäre da drüber gekommen, wie so... Oh, ja, okay, ich rege mich darüber nicht auf. Ich habe nur mal den Schaden abbekommen. Und so ist es. Und wie soll ich das da unten machen? Nein! Du kriegst mich nicht, du kriegst mich nicht. Wartet, wir machen das ganz anders. Ja, so. Und von Weitem einfach aus. Wenn das Spiel behindert ist, wären wir auch ein bisschen behinderter. Nein, Vogel vom Boden! Nein! Was ist da passiert? Laden. So. Ich hätte dazwischen noch mal abspeichern sollen. Ja, ist mir jetzt auch aufgefallen. So. Ah! Bei der Fütter ist noch ein Dritter! Noch ein Dritter! Warte, jetzt! Hat man immer... Muss man immer so viel Glück haben, um die überhaupt mal zu treffen. Runter genau so. So. Nix. Ah! Schnell rennen. Äh! Ja, in dem Moment, wo ich geschossen habe... Nein! Wartet, wir gehen hier hin. So. Nein! Ach, wir machen das jetzt so. Genau. So. Und jetzt einfach hoch. Hoch. Und hier so. Und ja. Nach oben. Nach oben. Nach oben. Nach oben schießen. Und hier noch Punkte einkassieren. Und gut ist. Ha! So. Hier war doch der Vogel. Ja, da ist er ja, der Vogel. Oh! Ha! Ah! Die Diamanten. Die hätte ich ja runterschießen können. Ja, was bringt mir das? Ja, außer, dass ich... Oh! Ja, das bringt mir nicht, diese Energie. Die bringt mir hier überhaupt... Energie? Was sage ich denn da? Äh! Wie ist es mir das? Nein! Wartet! Das möchte ich nicht. Das möchte ich nicht. Ähm... Ich! Ich! Ja, nee. Ist klar. Wo ist meine schöne Munition? Guckt euch das an. Was ist das, McDonald's? Was ist das? Oh mein Gott! Das gefällt mir. So viele Punkte. Wartet. Erstmal gucken, was hier überall so ist. Nix. Wieso will das Spiel, dass wir plötzlich so viele Punkte haben? Kann mir das einer erklären? Ja, ich schieße hier einfach alles nieder. Alles, alles, alles. Wartet, nein. Wartet, noch der zweite. Genau so. Und jetzt... Wieso will das Spiel, dass wir auf einmal so viele Punkte haben? Das ist unheimlich. Das will ich nicht. Das obere... Das obere... Auch. Na? Ha! Da. Erstmal nach rechts. Jetzt nach links. Ha! Eine Karotte. Super! Rechts. Die wird sogar Werbung für McDonald's gemacht. Aber nee, jetzt hätte ich echt Bock auf Pommes. So viele schöne Punkte. Tut uns die Lava nichts, oder was? Nee, die Lava tut uns anscheinend. Ah, nichts. Ja, ich dachte, die wäre auch tabu für uns. Ah, die Punkte will ich aber auch haben. Ach, okay. Auf den Rest können wir eigentlich kacken. Schießen wir einfach. Jetzt kommt ein Checkpoint. Wartet, wieso? Eine Karotte. Nein! Wartet, wir machen das hier. So. Oh, das wollte ich nicht. Was ist hier? Wieso? Eine Karotte. Super. Wartet, kommen wir so hoch? Ja, wartet. Hier rechts gibt es, glaube ich, nichts mehr. Ja. Hotdog. Hotdog. Was ist da explodiert? Wieso muss ich hier immer verletzt werden? Ich check's jetzt einfach nicht mehr. Hier, tschüss. Und... Bam! Ah, ein Häschen. Okay, wir haben noch immer keine Kohle. Oh, Raben. Raben. Warte, da komm. Was ist jetzt wieder passiert? Es ist doch eigentlich nichts passiert. Und guck dich das an. Die Munition ist wieder auf Kacke umgestellt. Ja, ich hasse es. Wartet, so. Okay, wieder Hotdogs einsammeln dürfen wir. Was ist das für ein Agro-Reptil? So. Nein, lasst mich alle in Ruhe. Lasst mich alle in Ruhe. Ihr habt kein Recht, mich hier anzugreifen. Ich bin X-Rack und das geht nicht. Was ist das hier? Die Attacke der Raben. Ist das hier Hitchcock oder was? Lass mich in Ruhe, du Vogel. Lass mich einfach in Ruhe. Was siehst du mit euch? So, wir machen das jetzt anders. So, kommt. 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 So. So. Warte, geht das so? Ja. Es geht so. Na, wieso kann ich hier? Okay, wartet mal. Wir gehen jetzt hier hoch. Wieso? Es reicht. Ha! Äh, wieso? Wieso funktioniert das hier nicht? Okay, ich glaube, oben hier gibt es überhaupt sowieso nichts mehr zu holen. Ja, ich gehe hier runter. Ist mir egal, was hier ist. Ich bin hier? Ich weiß nicht, die Grunde... Was ist da? Lass mich in Ruhe! Was ist jetzt passiert? So. So, schnell, schnell zum Boss, schnell! Ach so, das funktioniert hier nicht. Wartet, wartet! Wo sind meine Bomben? Da! Da sind sie! Was ist da? Äh... Was ist das? Was ist das für ein Vogel? Was ist mit dir? Scheiße! Ah! Ja, nee, ist klar! Wartet! Was habe ich hier für eine Munition? Machen wir... Ich weiß nicht, wie viel ich von der habe. Wart! Ich konzentriere mich hier total, Leute. Ich glaube, das merkt man, oder? Ah, wartet! Scheiße! Ja, genau! Wieso springst du mitten in diese Kacke hier rein? Und du, Vogel, lass mich hier in Ruhe! Fuck off! Richtig, echt! Fuck einfach off! Okay. Okay, jetzt versuchen wir... Wartet mal! Ja, wir versuchen jetzt, diesen Boss hier einfach zu machen. Wartet! Ich mache hier noch etwas ganz schnell. Laden, speichern. wieder hier... Boss... Kröte. Kröte, ja, kröt. Nein! Nein! Wartet! Ich schieße einfach mit dem, was ich habe! Ja, wieso springst du hier mitten in den hinein, du Kasper? Ich wollte ihn überspringen! Ja, hallo, schieß! Ich drücke auf schießen und du tust wieder nichts, ey! Das, was ist das mit... Oh, ich hasse diesen Hasen! Wartet! Das bringt nichts! Das auch nicht! Das auch nicht? Ja, machen wir halt das da mal am Anfang. Ich habe irgendwie das Gefühl... Was soll das einfach? Also irgendwie gefallen mir diese Bomben. Die Bomben sind doch klasse! Scheiße! Oh mein Gott! Was ist da? Scheiße! Nee, die Bomben, die waren klasse, oder? Jetzt geh weg! Wartet! Wir haben noch mit... Nein! Okay, machen wir das einfach gleich! Okay, der verwandelt sich dann in irgendeine Kacke! Okay, wartet! Scheiße! 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 Ich stelle mich jetzt ein bisschen dummer an! Scheiße! Scheiße! Ey, Vogel! Echt! Geh kacken! Boah! Hm. Hm. Ja. Ja. Was ist mit dir? Na. Was? Schnell, schnell, schnell! Schnell! Was hat mich denn wieder... Nee! Was hat mich hier getötet? Ich will es jetzt wissen! Was hat mich hier getötet? Ich will es jetzt wissen! Schwarz auf weiß! Was hat mich hier getötet? Was hat mich hier getötet? Wir machen... Wartet mal! Nee! Wir speichern das hier ab, damit wir hier mal... Äh... Äh... Was ist mit dir? Was? Mach! Wo ist der Boss? Wo ist der Boss? Wo ist der Boss? Hallo? Ist der Boss jetzt von mir abgehauen, was? Hallo, ich möchte das Spiel... Ich möchte das Spiel beenden! So viel zum Thema... Ja, Schildkröten, ja! Verpissen sich einfach hier aus dem Bosskampf, ja! Ne, ich muss das, glaube ich, jetzt neu laden, oder? Ja. Also sowas... Sowas habe ich ja noch nie erlebt. Ja. Ja. Hallo? Was? Was stimmt denn mit dem Spiel jetzt auf einmal nicht? Äh... Der ist wieder nicht da! Was ist das? Machen wir... Laden wir halt das hier... Nein, nicht speichern! Abbrechen! Laden! Äh... Okay, wartet! Hallo? Okay, wartet mal! Also ich glaube, ich weiß anscheinend, woran es liegt. Also ich glaube, da wird irgendwie aus der Range durch die Bomben einfach geschmissen. Laden, noch einmal. Gut, verwenden wir halt... Wartet mal, was kommt denn eigentlich vor der Bombe? Ich habe es jetzt nicht gesehen. Okay. Das da... Ah, das ist ein bisschen ungünstig. Versuchen wir es einmal damit und schon... Und jetzt schnell auf die Bomben irgendwann einmal umschalten. Wartet. Wo sind sie? Jetzt da. Komm! Schnell, Hase! Schöße! What the heck? Ah, no, this is not... Was? Wir haben es geschafft, oh mein Gott! Also irgendwo hat es schon ein bisschen gebackt! Was ist jetzt? Haha! Hä, lol! Oh, thank you! Ich glaube, das war's! Oder? Name eingeben! X-Rack! Was ist, was passiert jetzt? Ich möchte das jetzt noch kurz sehen! High Score! Ja, nee, ist klar, okay, ich bin sowieso auf dem ersten Platz! So, ähm, kurz gesagt, das Spiel ist zu Ende gegangen! Ähm, ich hoffe, das Let's Play hat euch gefallen! Ähm, wenn nicht, ähm, dann tut es mir leid! Ähm, ich werde versuchen, mich zu bessern! Ähm, ansonsten, ähm... Ja, es hat mir eigentlich total Spaß gemacht! Also, von, ich weiß nicht, von irgendeiner Bewertung, wenn man jetzt ausgehen könnte, hier läuft wieder eine Demo im Hintergrund ab, würde ich dem Spiel, äh, glaube ich, so, ich weiß nicht, acht von zehn Punkten geben, da es doch einige Bugs gegeben hat! Aber ansonsten, wie gesagt, zum Beispiel hier im Hintergrund die Musik, äh, das Ganze, das hat mir unglaublich gut gefallen! Manche Soundtracks werde ich mir als MP3, ähm, besorgen, kaufen, ich weiß nicht, äh, wo man die jetzt irgendwie ersteigen kann, ich weiß nicht, weil, so muss ich nachgoogeln! Ähm, auch grafisch gesehen für 1997 hat das Spiel so, glaube ich, einiges zu bieten, wenn man sich das so richtig mal überlegt! Ähm, das Spiel ist ja halt ein Kinderspiel! Aber, wie gesagt, das hat auch meine Kindheit so ein bisschen geprägt! Zwar hatte ich damals nur die Demo-Version zur Verfügung, da waren, glaube ich, nur drei Welten drauf, oder so! Ähm, ja, ansonsten, glaube ich, kann ich, ähm, mit diesem Spiel nichts mehr hinzufügen, außer, dass es wirklich, ähm, viel Spaß macht, ähm, es, ähm, auch ein bisschen so anregt, mit Spaß die ganze Geschichte noch zu spielen, da, wie ich gehört habe, einige Secrets, beziehungsweise einige, ich weiß nicht, Räume nur mit ihm betretbar sind, oder halt, ja, ich weiß auch nicht, irgendwelche Geheimgänge halt, ja, es ist, es ist irgendwie so, so halt, wie ich gehört habe! Ähm, und ansonsten regt das, wie gesagt, eben an, das Spiel noch einmal zu spielen! Ähm, und ja, eigentlich war's das schon, meine lange Rede, kurzer Sinn, das Spiel ist schön, es ist witzig, ähm, und ja, es ist wert, es eigentlich zu spielen! Es ist auch kostenlos, ähm, erwerbbar auf softonic.de, oder EL, ich weiß jetzt nicht, die englische Version halt, ähm, den ersten Teil habe ich noch nicht gespielt, ich bin mir noch nicht sicher, ob ich mich an den auch traue, ich weiß auch nicht, weil ich den eben noch nicht kenne, aber mal sehen! Ähm, ansonsten, sehen wir uns in den nächsten Videos, beziehungsweise in einem anderen LP! Bis zum nächsten Mal!